Die Menschen sind immer genau zwei Arten von Menschen. Weißt du, in meinem Leben gab es immer genau zwei Arten von Menschen. Die einen waren immer, immer meiner Meinung. Die anderen... ...die musste ich überzeugen. Die Menschen sind immer genau zwei Arten von Menschen. King hat eine Menge Kohle ausgegeben, damit wir den Wichser umbringen. Wir dürfen es nicht versauen. Eddie, Jones, ihr beide geht rein und macht die Sache klar. Bartos und ich bewachen die Straße. Der Plan lautet... Locus, wir wissen es mittlerweile. Wir gehen rein, machen ihn platt, kommen wieder raus. Es ist jedes Mal dasselbe. Bitte lass uns in Teil Heifer überspringen. Alles klar. Dann wisst ihr Bescheid. Eddie, gibts ein Problem? Nein, es gibt kein Problem. Sehen wir zu, dass wir den Arsch endlich fertig machen. Wir gehen. 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 King. Ja, die sind drin. Diesmal kommt er nicht davon. Wir gehen. Jones! Yo, Jones! Hier ist keiner mehr, Mann! Jones! Waffe runter. Jones! Was soll der Scheiß? Wir wissen es, Eddie. Ihr wisst ein Scheißdreck. Aber ich hab kein Problem mit dir. Eddie, du hast ein Problem mit King. Das heißt, du hast ein Problem mit uns. Und jetzt schmeißt die verdammte Waffe weg. Das ist nicht so wichtig. Ich weiß, dass er meine Arbeit ist. Das ist das nicht so wichtig. Ich weiß, dass er nicht so ist. Wenn ihr wir das nicht verkannt hast. Ich weiß, dass er nicht so ist. Musik Das war's für heute. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Komm her! Komm her! Nein! 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 Ja! Nein! Es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei.